3 Jusex, 1 Bär. Die hast du ja auch noch. Alter, ich habe 31 Leute erschossen. Ja, Junge. Echt? 80 Minuten. 80 Minuten. Ungefähr. Na ja, wir müssen jetzt... Wie lauft man am besten? Wir holen da erstmal. Ein Monster. Ich mache mich hier auf den Hängedingern. Alles hier oben. Hinten stehen Unterlöcher. Und PC ist auch so ein Scheiß. Ge-Phone. Hört doch ab. Was? Telefon? Ge-Phone. So. Welche Scheiß. Jetzt, wenn es ein X wäre. Was ich hier für Schlüssel finde in PVM oder was? Das ist der Wahnsinn. Ja. So viele Schlüssel habe ich. Boah, schon wieder einen. Ich habe schon wieder drei Schlüssel. Geil. Ich habe schon wieder einen Schlüssel. Konstrukt. Vier Schlüssel allein jetzt hier aus dem Ding, Alter. Geil. Ich kann dir zwei geben. Koschan und Oli Logistik. Brauchst du, oder? Ich stopse. Das ist richtig, aber hinter mir. Nein, dein Sekturcase. Ja. Ich habe die Plätze mal frei gemacht. Weil Oli Logistik brauchst du für eine Quest. Ja, ja. Ja, das ist doch. Mal gucken, ob ich hier auch ein Drittel finde. Da haben wir hier auch zwei Schlüsse gefunden. Naja, das ist noch mein, du Trotto. Geil. Das ist doch. Achso. Wolltest witzig sein, was? Ja. So, jetzt fimmert den Weg. Warte, ich weiß nicht, wie wir gerade gekommen sind. Wird gleich wieder einer rumschnauzen. Warte, ich schmeiß eine Granate. Falsch. Alle zwei tot. Warte, Granate kommt noch. Muss es gewesen sein. Haben uns wieder die Granate überlebt hat. Der letzte. Was? Welcher letzte? Ach, der war ja. Der blaue. Ja. Die war ja schon hochgegangen, bevor der angekommen ist. Das ist aber auch einer hier mit der Auge, Alter. Alle hat doch wie eine Matze. Ja, ja. Was, den auch dort? Wenn du was nicht brauchst. Der war der letzte blaue. Der gehörte dazu. Dann habe dich. Ich habe noch einer. Über der Tür. Alter, ich musste gerade nachladen. Können die mal aufhören jetzt hier. Die Trottel. Hier kannst du nicht immer. Kommt doch schon wieder was. Kommt doch schon wieder was. Kommt doch schon wieder was. Was ist denn jetzt hier los, sagen wir mal. Angestachelt. Du brauchst es gebar. Sind so eine Raffel, die klatscht noch. Mensch, ich würde mal hier das einsacken. Kommen wir nicht dazu. Das tun wir nicht rein. Ich brauche die Auge-Magazin, Junge. Hier vorne kannst du noch. Und Dings mitnehmen. Der Kopfhörer. Wo ist denn ein Eckversuch? Das ist ein Schalter. Das kenne ich gar nicht. Ach, der ist nicht. Unbeteilt. Das tun wir nach. Das ist wichtiger. Ich weiß nicht, wie wir leer finden. Ich kann dir auch mal die Auge nehmen. Die sind noch relativ voll. Hat wahrscheinlich nicht ganz so großen Rückschluss wie meine. Die Auge ist eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie es weiter geht. Wir haben noch einen weiten Weg. Ja, das ist ein Klippen. Ich muss das Ding voll herkriegen. Komm, schnell. Der ist so verdammt. Das ist so cool. Was du brauchen. Den Snyder, falls er da ist. Für deinen. Du hast schon die perfekte Position. Ja. Wie kann man das hinüber? Ein Schuss. Das hat beim ersten geklappt. Ja. Ich hab auch mal, dass man das Null nicht auf eine feste Zahl anstrengen kann. Also mit einer Startzahl. Ja, dass du sagst immer auf Wunder oder so. Mhm. Ja. So, wir müssen jetzt da rüber rennen. Ich bin drin. Warte. Krieg ich. Oh Alter. Tot. Ne. Ne. Da ähnelt doch. Der sah aber wieder aus wie ein PMC. Ja, ja. Ich denke schon. Der hat zu viel gefressen jetzt schon. Die lebt immer noch. Das tut. Alter, ne hab ich in die Fresse geschossen. Das war'n schwer. Da können wir uns nach hinten weg. Da muss die Familie nicht verletzt sein. Ich bin ganz, ja. Wann, was hält da aus? Nee, das fangst den Katzkei. Nee, das ist weggelaufen, der Idiot. Hm. Das ist medisch nämlich. Wie geil ist die Übel aus, oder? Das war einer mit Helm. Ja. Ach hier, nee, hier liegt er. Ah. Hat doch bloß ins Kliff. Hat doch bloß einen Helm auch. Ach hier. Jetzt muss ich vollklippen. Kostbare Zeit für scheiß Gavs verschwenden. Hm. Ich würde ihn bei der Ausgabe halten haben, oder? Das ist nicht normal. Da kommt was. Acht. Okay. Okay. ja Da steht dann keine Art, oder? Komm mal, komm mit! Oh, da ist doch! Oh, da ist doch! Hä? Oh, da war er vorne! Stehen! Meiner ist weg? Meiner ist weg! Meiner ist weg! Okay! Alter, der hatte ganzes Verkästchen! Hau ab! Nicht du! Hau! Hau ab! Hau! 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 Hau aufh! Hau! Okay! Oh, was bist du da in der Armseele gekreut, Ura? Naja, great. Hier kommt schon da einer. Ich hau dir gleich mal so weit hin. Ich glaube, ich soll es immer eintreten. Wir fahren schon mit der Treppe. Ich will nicht raus und dann bin ich irgendeiner Scheiße. Sieben, spin ist echt. Ich bin mir direkt um dieses Wasser. Die weg, die weg, das weg. Oh, die Tiermunition schießen wir hin. Der hat auch einen Attack-Rucksack, geil. Okay. Ich kriege neue Granaten. Geil. Ich mag halt hier mal, dass es dabei wird, wir gehen mit den Dänidioten rein. Ah ne, hier geht ja gar nicht, hat er gar nichts mehr. Hier und das Rieck habe ich es reingepackt. Da mach ich ihn. Ganzes Magazin mit der Auge, der Dänidiot. Gut, er hat eine PV-110, aber... Da muss ich den Kopf schießen, Alter. Ich habe mir das hier angewöhnt, auf Kopf zu zählen. Ach ne, es liegt noch im Rieck. Lass. Lass, lass. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen hier. Sonst schaffe ich meine Quest dran. Ja. So. 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 Mal. Ohne Fahr. Spielt auf. Ah ne. Wenn du noch hier NATO Munition hast, wäre sie auch, consideration. Ja. Wir sind ja auch hier liegen sie doch. Hier. So, guck mal, wie laufen denn jetzt hier hinten? Ich warte ja vormalang. Ach, Alter. Ach, Alter. Ach, Alter. Ach, Alter. Ach, Mann. Ach, Mann. Hat er aber schön geschrien. Oh, Alter, die schreiten ja. Alter. Der hat ja gepflegt wie ein Schwein. M-hm. Mist, was packt die Pippen? Hier kommt was. Weg ist er. Und noch einer. Wo ist er? Ja, perfekt. Wie viele sind denn das schon wieder? Ich schmeiß gleich mal ne Nate rüber. Kann ich eigentlich so machen. Was hinter uns? Au, wo? Ja, ja, hinter uns. Komm her. Ach, die schreiten wir also. Komm her. Ach, die schreiten wir also. Komm her. Ach, die schreiten wir also. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich gehe in die Schreiten. Komm her, die schreiten wir. Das ist jetzt schon sächlich. Fällt's wohl jetzt? Da ist auch noch irgendwo einer. Ja, macht dies nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er weg. Alter. Komm mal hier weg. Noch einer. Mann, Alter. Oh, der Granat hingefreit. Oh, aua, 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 das muss irgendwas Tolles gewesen sein. Ja. Mann, Alter, diese Arschlöcher. Gibt's doch nicht. Was haben die gefressen, Alter? Ich weiß es nicht, was das ist. Die sind nur am Klippen hier. Ja. Wo? Was? Geräusche. schießt du ja also mensch wie viele sind denn das hier noch ich muss eigentlich die vom dach unterschießen ich habe keine zeit für die idioten das noch einer du willst mich doch verarschen verreckt er mal der da drüben im laden will einfach nicht verrecken was ist denn das für ein idiot steht da noch da in das tod und steht nur noch blöd was ist denn das können wir abbrechen die mission können wir abbrechen das wird nicht wir müssen raus ich habe nichts mehr hier das ist nicht normal das hört ja auch nicht auf ich bin in dem kürzischen laden hier drinnen das werden immer mehr ja ja das sind wie soll sie denn das schaffen alter ich bin in dem kürzischen laden hier ich bin in dem kürzischen laden hier ich bin in dem kürzischen laden hier das ist ein bisschen ich bin in dem kürzischen ja machen wir uns aber hast du wo ist er ich bin doch Das war richtig. Dann nehmt der auch die Hände. Das ist immer wie ein Wespen-Nest. Unnormal. Das sind 500 Pus hier. Und gleich kommt ja das nächste. Na ja. Das ist bloß nicht so lange. Einer Stelle, okay. Das ist schwer, aber... Das Arschloch muss man auch schießen, oder? Bis wann, wo der geschossen hat. Nee. Ah, ich sehe ihn. Sehr gut. Jetzt ist er tot. Nicht durch den Innenhof, weil dann hätten wir uns die nächste Blase auf dem Hals. Das muss jetzt nicht sein. Ach nee, komm. Wer schießt denn hier schon wieder? Jochen ist ein Sniper. Ja, oben, oben, ganz oben. Aua. Aua. Ich renne wieder hinter. Okay. Hier rein. Den können wir nur von hier drinnen holen, oder teinig. Der Arsch hat mir in den Bauch gesossen. Oh, hier kommt auch noch ein Schiff. Jetzt nicht mehr. Verhalter dein Mario, Junge. Wo gehen wir denn jetzt hin? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen rüber ins Pfingstel, äh, Einkaufspassage. Wo ist denn der auf dem Bach, oder? Hier oben an der Ecke von dem Haus. Scheiße. Nee, hier, Scheiße. Komm, weg. Ja. Das wird nicht hier. Hier rein erstmal. Genau an dem Eckhals oben. Das ist so ein helles Fenster. Alter. Da machen wir es flack. Die Scheiße gibt es da noch da draußen, die Fotzen. Hm, da kommt noch dazu. Dann müssen wir hier durchrennen. Wir haben nur noch fünf Minuten, aber dann müssen wir uns beeilen. hier oben. Wasseline an den Sack. Ja. Dann müssen wir hier durch. Hm. Das ist doch, was wir heute haben. Nichts beim Schiff. Hier. Oh, ja, das sind die 5. Ja, die müssen rüberbreien. Ach scheiße, ich habe ja keine Ausdauer. Lauf du mal rüber schon. Da in den Spielzeugladen rein. Kommt ihr noch einer entgegen, der Rand, alter. Aua. Aua. Warm, schwarz. Nein, 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 ich halte mich. Was? Nein, 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 nein. Brich ab, brich doch ab. Ab. Komm noch, noch einer. Ach, er hat mich. Nein. Wie viel kommt denn hier rein, alter? Da könntest du dich da schießen, die kam von runter rein. Drei Mann oder vier Mann hinterm runter. Ich war mitten auf der Straße, aber ich habe die doch gar nicht gesehen. Sohn ja, dass der Kusch hat. Wie ist er? Ey, wo kommen denn die her? Vier Mann hintereinander weg ging das? Ich hatte schon einen schwarzen Arm, einen roten Kopf, alles. Diese Fatschen, Alter, was soll denn das? Man muss es doch nicht übertreiben. Was ist das für ein Wahnsinn gewesen? Was? Dann habe ich Feuer zu was. Ein 18 Skeps habe ich. Alleine. Ein kleine auch noch. Ein E-N-Bär. Das ist doch nicht noch mal. 18 Skeps, wie willst du denn was machen, ey. Das ist unnormal. Da hast du ja so einen Mangel und alles. Das war jedenfalls eine fette Runde. Das war auf alle Fälle fett, Junge. Das kann man nicht schmeckern. Arsch, das ist ein Vieh. Heiß. Kohl finden ein Vieh noch. Das ist ein E-N-Bär. Das ist ein E-N-Bär. Das ist ein E-N-Bär. Das ist ein E-N-Bär. Da muss ich nachladen. Da komm ich auch da immer rein. Das ist Wahnsinn. Da finden wir mal weg. Die müssen in der Reihe gestanden haben. Da ist die Schlange. Ich weiß es nicht. Alter Schwede. Hätte ich vorhin gesehen. Die halbe Stadt auf dem Gewissen. Und mindestens auch 18 nochmal. Das reicht nicht. Das reicht wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich glaube schon. 10.953 XP. 3 U6. 1. Ja eben. Die hast du ja auch noch. Ein Bär. Die hast du ja auch noch. Alter. Ich habe 31 Leute erschossen. Ja. Und ich auch nochmal 18. Rechne mal zusammen. Alter. Das ist doch nicht normal. 31. Das gibt es gar nicht. Das sind über 50. Fast. Also das ist der Wahnsinn sowas. Man muss es doch nicht über 3 oder 14. Krasse Scheiße. Das ist ja richtig dumm. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.